Ich würde das nur zu dumm tun. Kommst du jetzt endlich? Nein, ich habe... Okay, wir brauchen noch eine Massage, aber ich habe keine... Okay, wir haben Haare. Bitte lasst es funktionieren. Bitte lasst es funktionieren. Wieso bin ich da eigentlich nicht vorher drauf gekommen, Alter? Monsterhände, natürlich. Wir hatten so sezierliche Hände. Monsterhände passen da perfekt. Scanne DNA-Probe. Brrrr, weep. Erkenne Spezies. Silber-Wooken-Gorilla. Nein, Moment. Ältester Ohn, den nehme ich bestimmt nicht noch mal. Auf letztes Mal hat sein Gen-Code meine Subprozessoren benutzt, um seine Fußdaten zu enthornen. Aua. Eklig. Brückenhaarsample. Ah, Moment. Nein, was mache ich denn? Chill-Out-Zone. An den Automaten. Datasette rein. Behaarung. Hochdrehen. Kann man die Haare ja nicht hochdrehen? Statue. Komm schon. Daraus könnte man ein vorausgesetzt... Oh, Moment. Vielleicht können wir das ja... ...zu den Leuten hier geben, dass die irgendwie, weiß ich nicht, Haare wollen oder so. Hey. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Oh, endlich. Hier. Behalte diese Stoffproben. Ja. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Wir haben Leo-Stoffmuster. Zobel-Streifen-Stoffmuster. Und Stinkmuffel-Stofftier. Okay. Wir können. Neue Viecher einscannen. Oh Mann. Ich muss doch keine Pause machen. Ich hab... Ja. Oh. Geil. Geil. Leo-Stoffmuster. Scanner-DNA-Probe. Brrr. Wieip. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Nein. Na ja, klar. Okay. Das geht nicht. Aber Zobel-Streifen geht doch, oder? Scanner-DNA-Probe. Brrr. Wieip. Erkenne Spezies. Zobel-Streifen-Bär. Update-Datenbank und Drucker-Sicherungs-Data-Sette. Gss. Brr. 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 Er hat gepupst. Brr. Das hätte was. Stinkmuffe irgendwas. Komm schon, geht das? Scanner-DNA-Probe. Brr. Brr. Wieip. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. War ja klar. Scanner-DNA-Probe. Brr. Brr. Hey, hey. Das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Haha. Bitte was? Du unterzierst mich unter Clown-Klon? Update die Datenbank und drücke sicher... Alles klar. Brr. 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 Das ist ja unerhört. Ich will... Ne, ich will jetzt nicht sehen, wie dieser Clown aussieht. Ich will das jetzt später sehen. Eindeutig. So, was ist, wenn wir jetzt Datasette 1? Und Datasette 3 zum Beispiel reinpacken. Dann kann man das tauschen. Wie cool ist das denn? Das ist aber... Das ist doch kein Clown, oder? Datasette 2. Ist der Clown. Was ist, wenn wir das alles tauschen? Ne, Statur. Behaarung. Ich weiß nicht, was wir hier switchen müssen. Wir lassen das einfach mal. Wir haben ja... Datasette 3. Ist doch das Dingstier, ne? Das ist... Weiß ich nicht, was die hier... BAM! BAM! Oh! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier, natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu kann... Das ist... Das ist ein bisschen groß. Aber wirklich ein bisschen groß, ey. Alter Vater! Okay, dann müssen wir... Datasette 3 hier reinpacken. Das ist dieses Tier. Tauschen wir das mal mit Datasette 1. Und zwar ist das dann ja... Extremität... Runtermachen. Ne, warte. Das Gemüt ist fröhlich, das ist böse. Die Behaarung ist richtig, die Statur muss kleiner. Die Extremität... Muss... Hör... Warte mal. Was tun wir das mal so? So vielleicht? Ich hab keine Ahnung. ÖH! Das ist zu groß, genau. Das war jetzt die Seite 3, ne? Dann brauchen wir die Seite 1, glaube ich. Glaub ich's. Oh! Ein Streicheltier natürlich! Oh ja! Oh ja! Das ist genau richtig! Ja! Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht! Yay! Welch Wonne! Cool, dann können wir die Datasette da ja drin lassen jetzt. Dann kommt hier jetzt die Clown-Datasette rein. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Yeah! Ja! Ist gut! Aber um den Laden voll zu bekommen, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Also er ist noch nicht gut genug, okay? Vielleicht müssen wir... Vielleicht müssen wir hier ein bisschen was ändern noch, an dem Clown. Ich weiß ja nicht. Vielleicht erstmal hier die Datasette 2. Das ist ja der Clown, ne? Genau! Datasette 3. Was ist das? Die Behaarung. Muss die Behaarung vielleicht höher? Ja doch, die Behaarung muss höher. Statur muss auch größer. Die Farbe ist super so. So, dann will ich das mal sehen. Ah, das ist der Clown. Buh! Was soll das? Ich habe nicht viel... Ne, warte mal. Das war nicht der Clown. Wie jetzt? Was für Buh! Das war dann der Clown, oder wie? Bravo! Großer Daka! Ich wusste, dass dabei habe ich noch nicht... Ah! Er sieht nicht so! Weiß ich nicht. Irgendwas fehlt da noch, oder? Irgendwas fehlt da noch, oder? Und du sollst... Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag dir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich meine Postmahlzeit. Okay. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Glites. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Ich glaube... Wo ist denn der Datasettenschlitz für den Masseur? Im Computerkern. Eigentlich sollte Ronny alle Dienstbots im Störfall automatisch ersetzen. Wir hätten ihn gestern vielleicht nicht als Zielscheibe für Shampooskorken weit schießen benutzen sollen. Jo, schon wieder eine Unterbrechnung. Alter Vater, heute ist aber Unterbrechungstag Nummer 1. Gut, Moment, ich glaube... Der Clown war schon richtig so, wie er war. Wir brauchen die Extremität... ...für... ...den Masseur. Glaub ich mal. Was ist da rein? Wir switchen jetzt nochmal alles. Weil eigentlich... Das nochmal switchen und das nochmal switchen. Ist der Clown wieder normal? Und er hat einfach nur riesige Beine, dieser Typ hier. Das Ding da. Äh... Ja, komm. Switchen wir so. Und dann ist da... Das war jetzt auch der Clown wieder, ne? Richtig. Hoffe ich. Dafür braun. Nein. Da. Ist es der? Ja. Braa! Ich wundern. Okay. Dann müssen wir jetzt ins Computer kehren. So. Das hätte da rein. Zack. Ist das nicht richtig? War doch richtig. Irgendwie war auf dem Bildschirm. Da schlieb aber kein... Du musst den Tieren... Und wo bekomme ich die... Ähm... Es ist... Hurra! Ich hab das doch jetzt... Hä? Moment. Können wir jetzt... Chill out so? Ja! Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit? Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Er ist viel zu groß. Er hat Schuppen. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen... Ok. Ok. Statur? Ist zu groß. Und die Hände... Also die Extremität ist... Falsch, wie es aussieht. Ok. Nehmen wir nochmal mit. Nehmen wir nochmal mit. Zock. Ach Mensch. Ach Mensch. Aber wir kommen weiter, Leute. Wir kommen weiter. Ist doch schon mal schön. Gut. Wir müssen die Extremität... und die Statur runtersetzen. Zack. Zack. Statur? Oder das Gemüt? Ne. Die Extremität. Ok. So, jetzt haben wir hier Datasette 3. Ok. Dann haben wir jetzt Datasette 3 und Datasette 1. Datasette 3 ist der Clown. Ok. Das ist der Clown. Ah, warte, warte, warte. Wir haben kein... Wir haben die Behaarung vergessen. Umzustellen. Denk ich mal. Achso. So. Zack. Wir hätten noch die Behaarung switchen sollen. Stimmt. Behaarung switchen. So. Und der Clown ist jetzt... Welche Datasette? Immer noch 3. Ok. Der Clown ist da, Datasette 3. Alles klar. Komm schon. Jetzt haben wir es aber, oder? Komm. Komm, komm, komm. Hä? Haben wir jetzt doch noch? Was haben wir denn? Ähm. Oh. So rum. So rum vielleicht? Moment. Ja, das hätte 3 ist der Clown, glaube ich. Weiterhin, oder? Okay, das ist jetzt... Okay, Moment. Ich hoffe, das ist richtig. Meine Güte, ey. So viel auszuprobieren. So, das dürfte doch jetzt eigentlich locker der Ding sein, oder? Sieht fast richtig aus, aber nur fast. Aber irgendwie, irgendwie weiß ich nicht. Komm schon, komm schon. Komm schon! Okay, wir müssen die Hände noch ändern. Mann! Da hat das Werte. Ach, Mensch. Ach, Mensch. So. Wir haben ihn doch eben auch mit einem Monster hinten. Irgendwie massiert, oder nicht? Ha! Keine Ahnung. Ähm. Zack. Zack. Was ist, wenn wir das alles ändern? Nee, oder? Funktioniert das so? Ich weiß es nicht. Er hat ja gar keine lustigen Accessoires, ja. Aber ich kann das Gemüt ja... Also... Oder muss ich die andere Datasette nochmal nehmen? Warte, das hier mal umswitchen? Ich switch nochmal das hier. Haben wir den Clown schon mal? Dann nehmen wir nochmal die Datasette. Gehen da nochmal rein. Switchen jetzt zwei? Ist das zwei? Ich glaub zwei, ne? Ja, genau. Und die... Nehmen da nochmal die Extremität. Ne, warte. Das war der Clown. Die will ich nicht. Die. So. Ach Gottchen, ey. Ähm. Das hier. Ist ja okay, wenn er Krallen hat, oder? Eigentlich dürfte das ja okay sein. Ja, okay. Alles klar. Okay, das ist richtig. Dann haben wir jetzt den Clown. Ne, warte mal. Das ist der Clown. Glaub ich. Ist das der Clown? Ja. Richtig. Okay. Und jetzt? Dann kommt Juderkern. Jetzt hat er ja weiche, zarte Hände, sag ich mal. Zack. Schalter umlegen. Er sieht so komisch aus. Er sieht so fucking komisch aus. Ist doch nicht mehr normal, jörg. Na du, was ist denn hier passiert? Hallo? Hallo? Untertitelung. BR 2018